Zu Lyrik findet man, wenn das jemand vorträgt. Gedichte wollen laut gesprochen werden. Die wollen, es muss nicht immer geschrien laut sein, aber die wollen zum Klingen gebracht werden. Auf Papier sind die so trocken. Rainer Maria Rilke begleitet mich seit der Schulzeit und wenn ich Gedichte rüberbringen möchte, nicht nur rezitieren, sondern wenn ich was damit machen möchte, aber die nicht spiele im Sinne von Theater, dann mache ich Musik. Herr Panther ist eben ein Gedicht, das mich schon sehr lange begleitet, seit der 12. Klasse. Und ich habe das verändert mit dem Panther. Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe, so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Das war's. Eeh, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020